Weiter geht's mit The Witcher 3 Blut and Rhyne. Ja, wir sind noch mit der Sidequest beschäftigt und zwar irgendwie mit der alten Hexe und der Liebe zwischen zwei, die irgendwie auf eine verkorkste Art und Weise geändert ist, weil er kann niemals zurück und sie hat sich in einen Baum verwandelt, der jetzt blutet, wenn man in sie reinhackt, gut, ist ein Verständler war, wenn man dir irgendwie da ja nachs in den Magen reinschlagen würde, würde sie ja auch bluten, ist ja logisch, aber ja, ist trotzdem ein bisschen crazy, der ganze Fluch und natürlich noch interessant ist zu wissen, was hat sie mit Ritter Garret gemacht. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Garret? Ja, er wollte mich besiegen, hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier, dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar, sollte ich etwa einen Mann, der in mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Hm, der ist ja ziemlich nett drauf, wa? Der Mann, der in mir gehört, hm? Wieso gehört aber dieser Ihr? Müssen Sie bitte einfach den Fluch brechen? Ja, bitten Sie ist ja nie schlecht, aber wir sind Hexer, wir sind Einzelkämpfer, wir können das leinen. Um den Fluch kümmere ich mich, ohne deine Hilfe. Dann mal los, viel Glück dabei. Du lässt mich gehen, einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl, auf Nimmerwiedersehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass sie ziemlich mächtig wäre? Hm. Dann wäre echt, wenn sie fighten können. Wusen wir mal nicht, wenn man etwas so abschliessen kann, ohne immer zu kämpfen, ohne alles abzuschlachten. Das ist noch eine Höhle. Was tue ich hier? Ich falle. Ziemlich tief. Na ja. Äh. Ja. Also, für mich gibt es momentan eigentlich nur zwei Ausgangsmilderkeiten. Entweder verfolgt die uns noch, oder wird uns noch mehr dem Fluch nachschicken. Dass sie dort noch gegen sie fighten müssen. Irgendwie. Oder aber. Es klappt nicht. Wir brauchen ihre Hilfe. Und dann... Oh. Ja, siehsts schon. Wird sowieso übel. Ja, siehst du nicht. Er kriegt mich nicht. Was ist denn die Panther? Oh. Oh. Musik ist nicht vorbei. Musik, Musik. Die Musik ist nicht vorbei. Musik. 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 Du hast die Hexe getroffen. Ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Musik. Diese Hexe. Sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich vier Feuer für die vier Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Jo, hacken wir drauf los. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Jo, da ist immer sehr aufmunternd. Ein letzter Blick geht in die vier Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Im Osten kein Laut durch die Kälte bringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. Ich habe noch das Öl drauf. Jo. Tief im Westen tote Augen, Brat. Beend die Wacht. Er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur. Ein Tuch. Der Beweis eurer Liebe füreinander. Lauf weg. Halt zu uns und er greift Sinan. Halt auf, ne? Das war falsch. Die sind doch stark oder täuscht ich mich gerade? Alter! Verfickte Feenflügel! Was ist denn hier passiert? Mein Fehler. Ich habe den Fluch auf die falsche Art gebrochen. Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße! Das hat man davon, wenn man einen Fuscher beauftragt! Zumindest ist ihr Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr im Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich! Tja, das hätte man sicher auch anders machen können. Ich blick gerade. Kann ich irgendwo noch... Habe ich irgendwo noch Kontrollpunkte, oder? Das war der, ja? Da müsste Rittergeschichten... Das ist eine gute Frage, oder? Und ein paar beendet... Das war da... Moment, Moment... Dann ist der hier auch falsch. Der klingt besser. Hm. Weißt du was, Freunde? Machen wir das mal ganz kurz. Das erste Mal sind wir Blut und Wine. Ich lade jetzt mal... Es müsste der... Im Prinzip sowieso war alles falsch. Also der hier ist, glaube ich, sowieso falsch. Weil der war nach... Ja genau, war nach dem Gespräch mit dir. Das heißt, ich muss den hier laden. Also wir haben alles richtig gemacht. Von Geralts Seite aus. Das heisst, wir können den Fluch nicht selber berechnen. Also muss sie es machen. Die Frage ist bloß, mit Bitti Betti wird das funktionieren oder eben auch nicht. Wir müssen gucken. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Ja. Wir kennen uns gerade. Natürlich müssen wir springen. Nur etwas Richtung des Baums, wenn ich mir die Flute tatsächlich so ansehe. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde wie schlecht verheilte Narben. Der Holzfäller war schnell. Ganz starke Magie am Meer. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. So. Und? Mhm. Meine... Einverstanden. Zack, zack, zack. So. Ich helfe raus. Lass mich... Gut. Jetzt sind wir so weit alles. Dann mal gucken, ob wir diesmal richtig machen. Laufplätze! Wir müssen ja gegen sie fighten, ich habe eine Vermutung was passieren wird. Ich finde die Panther eigentlich sehr schöne Tiere, aber... Natürlich auch sehr gefährlich, ist klar. Komm ich so echt nicht hoch? Nein, wird ein bisschen schwierig so. Eine Hütte, die der Hexe. Ja, würde ich auch sagen, dass wir ihn ganz kurz speichern. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Genau, hatten wir auch schon. Lieber Ibonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Zu Staub zermahlene Knoten. Ja, könnten es eine sein, aber gut. Ja, könnten es eine sein, aber gut. Hatten wir bereits alles, dann untersuchen, zack, wegnehmen. Du, 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 du. Auch das bereits alles in... Oh, Entschuldigung. In der letzten Folge gemacht. Jetzt. Nein! Nein! Seid es da, aber. Ein Seiden. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon... Du willst doch nicht... Und wenn doch? Dann solltest du wissen, die alten Legenden hat... Hm. Er... Er wollte, Finn. Hattest du... Aber klar... Seid es mir gerade irgendwie etwas falsch gemacht. Vorher kam die Option. Mit dem Bitten. Ob sie dem Fluch Bitten brechen würden. Wieso kommt die jetzt nicht mehr? Wir haben das übersprungen aus Versehen. Wir haben doch eigentlich alles genauso gemacht wie vorher. Mal das untersucht. Das normalen Knochen hatten wir auch. Hä? Wenn du mir nicht hilfst, wirst du's bereuen. Ich werde dich zwingen. Weißt du, was mich so richtig wütend macht? Geschrei und Drohungen. Besonders unter meinem eigenen Dach. Das wäre alles nicht nötig, wenn du kooperieren würdest. Wie sollte ich denn, wenn du sowieso bald tot bist? Arkandal! Wie gut. Kämpfe ist natürlich auch eine Variante. Komm schon. Komm näher. So. Oh. Oh. Wow. Das war... Scheisse für mich. Aua. Oh. Nicht getroffen. Ah doch. Doch. Du hast mich besiegt. Die Tradition verlangt, dass ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen muss. Du weißt genau, warum ich hier bin. Also schön, ich helfe dir. Aber das Goh tut mir kein bisschen leid. Ich werde versuchen, den Fluch zu brechen, der ihre Seele im Baum gefangen hält. Warum sollte ich dir trauen? Ein Wort, das ich gebe, halte ich auch. Geh jetzt, lass mich allein. Den Rest kriege ich selbst hin. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir mein Wort gegeben und werde es halten. Leb wohl. Hm. Starker Abbritt. Ähm. Okay. Ich behalte das mal noch so im Hinterkopf. Spiel. Nicht verarschen jetzt. Keine Zeit dafür. So. Ich lade trotzdem nochmal den alten Spielschirm. Irgendetwas war hier faul. Ich hätte doch die Option haben müssen wegen ja bitten. Aber die hatte ich jetzt irgendwie nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Sorry, da bin ich jetzt ein bisschen penibel. Die will ich haben. Die Op... Also ich will jetzt nicht wissen, was da los war. Klar, mit dem Kämpfen war logisch, wenn ich hier drohe, dass ich ihn auch kämpfen will. Die Hütte sieht bewohnt aus. Aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Darf ich was anderes gemacht? Nichts. Notizen über die Nutzung von Schafgabenstilen. Interessant. Hm. Warm. Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Lieber Ibonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Zu Staub zermahlener Knoten. Aber das ist vorhin doch nicht irgendwie... Ich weiss auch nicht mehr Leute. Ich habe das jetzt nicht irgendwie falsch gemacht. Hm. Hm. Wird die Reihenfolge aber auch so gemacht. Wird die Reihenfolge aber auch so gemacht? Wird die Reihenfolge aber auch so gemacht? D. Und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden. Hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luchsfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Ja, fällt ihm noch die Option hier. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte. War er hier? Ritter Gareth? Ja. Er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt, und er wollte zurück zu seiner Geliebte. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Hey, was hat mich vorhanden? Freunde, ich versteh's nicht. Was ist hier los? Wieso geht's nicht mehr? Ach, Spiel. Was? Um den Fl- Du lässt- Es geht. Oh. Ja. Toll. Einfach geil. Nee, sorry, da bin ich... Es ist vielleicht ein bisschen nervig jetzt in Zukunft, aber ich will das verdammt nochmal wissen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Erstmal, ich weiss genau, da nehmen wir die Option mit der Bitte. Ich hatte echt drei Optionen. Jetzt habe ich nur noch zwei. Das haben wir vorhin anders gemacht. Das hier war auch schon so. Mit dem Panther hab ich auch nichts gemacht. Jetzt haben wir mal... Und da fangen wir zu überspringen. Wärts ja irgendwie seltsam. Hm. Hm. Eine Wand mit Zauber... ... ... ... ... ... ... ... ich ... ... ... Ich hab schon ... ... doch nicht und wenn doch dann solltest du die alten legenden leute mir kam gerade spontan idee was ich glaube falsch gemacht haben muss aber ganz kurz überprüfen das heißt in der nächsten folge wieder hier bei dieser quest die glaube ich doch ein bisschen länger dauern könnte wie wir das wohl noch ausgehen bis dahin